Oh, fährt. So, einmal Muni. Wer gibt es hier noch nicht? Ich glaube dieser Munibox Halk noch. Ja, jetzt Halk erstmal für die Martini Halk wieder 9. Das reicht erstmal, aber ich komme gleich drauf zurück wahrscheinlich. Oh ja, hier ist einer gestorben. Ich pin kurz. Oh ja, genau. Headshot down. Sehr gut. Hustet einer, will wahrscheinlich revifeln, müssen ran. Ist glaube ich ein großes Team. Ne, der ist hier irgendwo auf oder hinterm Berg gesprungen. Oh ja, aua. Hit. Oh Gott, ich bin so tot. Ne, Luz Mala. Oh, die kommt auf mich zu. Ich dachte, du bist das. Oh scheiße. Stark. Ich hab nicht mehr zum Löschen. So reingucken. Ja, und das Fenster hier ist neu, da musst du aufpassen. Das hier. Oh ja. Da hätte ich auch ja eine Falle hingemacht, aber... Ihhh, da hast du schon ein scheiß Fass. Kannst du da mal raufschießen? Ich glaube, das Feuer muni ist an. Ja, warte. Seht natürlich von hier nicht. Warte. Ja. Spieler. Da ist ein Gebäude drin. Alles klar. Alles klar. Hast du die BD killed? Nee, nee. Ich pack hier auf die Werkbank. Äh, ein Munitionsgerät. Ja. Munitionsgerät. Zeilen so. Mhm. Die Räge werden lausen. Ja, ich würde noch nicht übergeben. Nee, ich... Ja, okay, nur los. Wir wissen ja, die sind da. Jetzt sind doch locker schon vier, fünf Leute verreckt. Ja. Die brennt da drüben, glaube ich. Das ist eine Mikro. Die hat da gesessen. Ich habe sie nicht getroffen, aber hinter ihr eine Lampe oder so. Ja, jetzt haben sie da gelöscht. Wahrscheinlich sind da gleich ein paar Buddies angezündet. Die wird da versuchen, wen zu reviven, weil die löscht da gerade die ganze Zeit. Ich gucke hier ins andere Fenster mal rein. Ja, ja, da, die Mikro wieder. Ja, aus dem Fenster. Nee, die stand draußen. Die ist rausgekommen. Achso. Shit. Ich habe Hardhead, aber ich halte mal kurz drauf. Ich halte mal kurz drauf. Ich glaube, die revivet. Alter, jetzt kriegt sie mich unglaublich. Xbox-Spieler, Karabiner durch die Wand. Komm schon in die nächsten. Danke, übrigens. Nee. Die ist da immer noch. Ah, hit. 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 zwei teams der reverend ganz links ist noch ein team ganz gut treffen eigentlich da war sie ja bei deiner leiche ein team ist ganz links bei den holzblöcken und unten ist auch noch nicht alle treffe aber es wäre auch mal gut wenn er verreckt von denen ja auch von mir so wirst du wie viel spaß einer wurde wiederbelebt der kapps hier echt von allen seiten das ist der absolute wahnsinn allen zeugen unter der unterführung ist unter dem haus ist jemand im haus 2 kannst du mal eine bounty aufnehmen vielleicht mal gucken was hier los ist brennt es ja direkt schon wieder wie gesagt ein team ist komplett unterm haus und die anderen sind drin die brüche was auch sonst nice Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist nur der eine, der ist jetzt hier oben immer noch bei Ping. Ja, über mir, ja. Oh, was? Woher? Die Miko wieder, ey. Okay, sind doch zu zweit. Huuuui! Hast du noch Nekro? Nee, hast du nicht. Ah, scheiße, gut gemacht. Ey, die Miko ist, jeder Schuss ist tödlich bei der. Wenn ja da jetzt fertig zu sein mit Fighten, dann wird der jetzt aus Healing jetzt hier nicht unbedingt noch wer kommen. Vielleicht hat er seinen Dude komplett verloren und will jetzt schnell den Boss machen. Achso, ich dachte, du hättest zwei gesehen. Nee, nee, ich wollte erst sagen Team, aber ich habe nur einen gesehen. Einen so in einem Augenwinkel wegkuschen. Ein beiges T-Shirt. Komm ich von hier bis nach Pitching? Komm ich mal hier hin. Das müsste eigentlich reichen. Wobei, dann kriegt er, na wohl, vielleicht kriegt er auch Angst, weil es wird ja rot, wenn der Käfer da ist und dann kommt er vielleicht auch wieder raus. Nee, sorry. Er ist aber weiß. Okay, dann hat er sich vielleicht nur in die Büsche hier hinten versteckt. Gibt es der vielleicht auf diesem Kackbaum? Nee. Oh, ja. Hier. Hier. Eine Miko. Sitzt hier, croucht hier hinter die Bäume rum. Kann aber auch schon ein anderes Team sein. Aber beigesch würde passen mit der Miko. Ja, croucht hier. Ähm, selber bei dem Käfer da. Guckt aber in deine Richtung. Das habe ich jetzt wahrscheinlich gehört. Das ist genau auf Ping. Genau auf Ping. Ja. Entschuldigung. Ja, läuft jetzt rum. Hier im Übersch. Hier im Übersch. Hier im Übersch. Die weiß noch nicht mal, dass der Käfer da ist. Die zielt komplett auf dich. Was hat sie denn für eine Waffe? Ich kann es leider nicht sehen. Jetzt kriegt es ein Immo. Oh ja, ich werde euch so in die Luft jagen. Die dürfte brennen. Und bluten und vergift. Die hat wahrscheinlich eine Trophäe gekriegt. Hab's so. Geil. Geil. Mann, ist hier viel TRI, ey. Ich kann gleich anzünden dann. Warte, ich würde dann auch nochmal lo- Wollte erst sagen, die Schüsse waren da ja nicht hinweg weg. Ja. Da irgendwo. Aber geht nicht durch der Ping. Shit. White shirt und noch ein Watt. Oh, jetzt kriegen sie ein Immo. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hit. Hit. Komm mal. Ich glaube wir können Lars, ich hole mal Lars. Käfer. Oh scheiße, ja ich zieh durch. Okay, der ging auf dich. Der ist unten in der Hütte. Ja. Ich habe aber auch nur das White shirt gesehen bisher. Hit. Ui. Ich werde silenced noch von viel weiter weg irgendwo. Happen. Stark. Sehr gut. Der andere ist noch da. Ich glaube hier aus. Aus Lockday wird auch geschossen oder so. Mhm. Ich wurde silenced. Wetterly Silencer oder sowas. Ja. Nee, der ist hier. Ich werde gepusht. Bin tot wahrscheinlich. Oh Gott, ich muss hier weg. Das geht nicht. Ich werde immer noch silenced. Ich werde jetzt weg gelaufen. Der ist weg gelaufen. Wo da? Da. Ach, ich werde schon laufen. Was bin ich hier? Ich bin da noch hier. Nix. Hat Hit. Wieso ist der nicht verreckt? Das war der Dude, der hier unten war? Ne. Sicher? Nein, es war ein neues Team. Von der linken Flanke. Aber wo ist denn der hin, der hier war? Da habe ich nicht mehr gesehen. Der war zuletzt hier an der Brücke. Geh mal seinen Mate anzünden. Der liegt im Haus, Robert? Ne, der liegt irgendwo an der weißen Hütte. Der liegt mit Dynamit irgendwo hier. Das hier ist Moniziona. Ichiuku, der hat jetzt alle Bounties aufhin genommen gefüllt. Ich muss jetzt mal zum Wagen. Ich so gleich noch. Ah ja, hier liegt er. So, der brennt jetzt hier, der Kollege. Ach, jetzt alle Bauties da drinnen. Okay. Und wo da in den Dingern hängt noch eine Mosin rum, das könnte der sein, den ich vorhin getaggt habe. Hast du noch Sniper, Robert? Also Ener schießt auf jeden Fall aus dem Kompat raus. Irgendwo von hier oder so und der andere, wie du schon von ihm gerade gepinkt hast. Der Ener geht nach rechts. Wer kommt jetzt hierher durch? Auf der Brücke. Ich bin tot. Brücke, direkt auf der Brücke. Ja, ich habe aber Kompat auch noch, die zielen auch noch von uns. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Spitzer, Mosin-Spitzer. Ja, der andere war hier irgendwo. Ne, hier. Der Ener ist auf der Brücke. Oder an der Brücke. Ja, aber auf meinem Ping ist noch einer. Was? Was? Der hat zwei Hits überlebt. Der ist hart getroffen hier, der tut bei mir. Okay. Schönen Arsch geballert. Und Lars wird... Oh. Oh ja. Spieler. Ich muss schießen, Robert. Das geht nicht anders. Ja, mach, 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 mach. Boah, dieser fucking Grunt. Ich flipp aus. Was? Das ist glaube ich nur die Ener. Ich glaube die Ener. Ja, ja. Ja, ja. Das ist glaube ich nur die Ener. Oh ne. Geil. Ha! So viel Zornbis. So viel Zornbis. Oh ne. So viel Zornbis. Oh ne. 100 pro steht die gleich wieder auf. Hast du was zum raufpacken? Heil. 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 Aha. Upsi. Da drin ist auch Heel. Oh ja. Ja. Ja, da steht sie wieder. Hä? Tschüss. Wie los das die denn? Und zurück in der Lobby. Oh, jetzt krieg ich die 100. Zornbis. Stay away from me. So, wir können ein bisschen weiter rechts rum, oder? Kann sein. Ja, einer kommt hier schon. Ein bisschen zurückziehen. Mein Name ist Haut. Vorhaut. Geh mich jetzt zurück. Yeah. Hui. Das war knapp. Hockt der da oben in den Toren, ey. Das war ein. Oh ja, das war ganz so. Mit dir auf mal. Man hat einen Teil des Toren. Mhm, ich hab Angst, aber nicht so. Und so. Der hat uns so. Ich hab Angst. Oh nein, ich hab Angst. Ja. Das war einfach nicht so. Wenn du, wie. Und so. Das war nicht so. Kann ich nicht so. Ich hab. Ja. Ich hab, ich hab mir. Da ist ne HALF. Ah ja. Das ist der Feuer-Immo-Dude. Das ist der Feuer. Was ist der Feuer? Der Feuer, der Feuer. Das ist der Feuer. Opsie! he's nude eigentlich sind so noch gut auf distanz ich hätte jetzt mal versucht über norden die haben ja auch bald kein boost mehr hoffentlich ein bisschen über also über norden waren zu kommen hier wäre interessant wird und ein schwein also vielleicht den süden nicht ganz aufmachen dann gehe ich nicht nicht nach norden ich glaube die wollen den feld jetzt laufen wir da rein durch die falle gerannt happy bürste sind in dem haus hier drin das weiße ich glaube er oben auf dem balkon hit tot okay scheiße eigentlich da wollte ich ja auch nämlich gerade drin das ist jetzt kacki hier hinter dem ding was ist das ding der wasserspeicher habe ich habe ich habe aber hart aber es ist ja ein baserspeicher tot ich habe meinen oben und die pushen mich Ui! Wie der Tag? Stark? Balkon. Hinten Balkon. Da oben. Hä? Was? Das spricht ja doch Solo rum. Also ich hab ne Kutte gesehen. Also ich hab ne Kutte erschossen. Hit. Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Zitter oben ist eh nach drinnen. Ja, ja. Hab mir gesehen. Da oben ist noch diese Ave Maria. Oder wie die heißt. Alter, wer ist das? Oh, Lars. Alter. Hier könnte auch einer drin sein. Hm. Oh, der schmeißt. Uiuiui. Aua. Herr Stark. Keine Ahnung. Oh ja, da lebt noch einer. Hier ist Heilung. Ich kann hier grad nicht weg, bin vergiftet und muss heilen. Tod. Stark. Zündig mal an. Ja. Ich bin mal mutig und hol mir mal die Bounty hier. Okay. Ja, mach mal. Könnte heute hier gehen sein. Alles clear. Hier. Hier. Drinnen hoch. Da hinten. Ja, da hinten. Da hinten. Rotterheisprung. Da oben drin ist ein Schock. Ja. Da oben. Oh ja. Bullet Drop, ja. Ballet oben, ja. Der Hellbound müsste ja vielleicht auch noch da sein. Da kommt der letzte. Nee, der Hellbound ist auf jeden Fall nicht da oben. Da looted einer. Oder hebt auf. Keine Ahnung. Wollen wir da ran oder wollen wir weg bleiben? Ja, ich geh mal gucken. Oh ja, da oben immer noch drin. Der stirbt sich vor Pismik. Ich geh auch. Oh, Kühe, Hunde. Der trappelt da immer noch rum, rechte Seite vom Fenster. Ja. Hast du da jetzt hingeschossen? Ja. Bilde Nummer. Ich hab gedacht, ich nutze mal den Moment der After. Nein, jetzt sind wir nicht. Schockt. Da, Crouch da wieder. Robert hat irgendwas gekillt. Robert hat irgendwas gekillt. Der stirbt grad alt. Die After können wir eigentlich gut outplayen. Der hat irgendwann keine Muni mehr. Ja. Hast du ne Shotgun, Robert? Ja, war da. Ja. Si... ... 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 klingelt immer noch daran rum könnte ein bounty sein oh ja jetzt ist er draußen ist wieder reingehüpft alter kein hit zum dreck rennt richtung zaun wieder aufpinken wieder aufpinken hier in dem fenster gefällt die art wie du denkst weiter rechts hier hinter der müllhalde schippe lade keine ahnung kohle wagen kohlebunker face da oben renne ran saftig saftig das ist ja oben drin kann sein dass da wenn da einer von denen abhaut und hellborn macht dann sind die wieder fit die jungs da oben war einer scheiße wo sind denn hier wägelchen ja immer noch da oben schießt er auf mich schick der lichtkontrast bei diesem scheiß fenster ändert sich ständig auf dem dach schick da hinter dem tot 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 stark hier auf dem dach noch ja ja er rennt jetzt rein er wird reviven durch das holz aufpinken könnte er durchschießen ich mach den pink mal weg nach rechts gerannt oben in der hütte drin auf was schießt du robert ich flankiere ich hätte einen vorschlag wollen wir hellborn machen damit wir denen die möglichkeit nehmen ich habe große kliniken ich könnte doch alleine machen ja wie du willst wo ist denn über der kann nur oben ein gaswerk sein nee nee der ist Richtung Minenkoller kack Minenkoller hä Minenkoller gibt es nicht robert doch gibt es äh die laufen ganz recht zu unten oder wohin da hinten oh Ficker hä ich bin richtig dumm gerade was ist denn Minenkoller nochmal und wo ist das unten rechts in der Ecke na das ist dazwischen da runter ist ein Compound ja ja ok also hier bei ich geh mal ja ich geh mal ja soll ich die nicht verfolgen mach mal ruhig hinterm Wagen hinterm Wagen gleich schon aber vielleicht halten sie noch am Wagen der braucht vielleicht auch ein bisschen Muni für seine Afto wir sind jetzt direkt vor euch am Wagen rein weiter ja ich denke müsste die doch eigentlich sehen scheiße man es sind zu viele Bäume das ist richtig eklig da jetzt anzugreifen weil der Wagen höher liegt als da wo wir ankommen jetzt habe ich auch noch Hunde das schaffen wir nicht mehr ich guck mal wo die Bett hier ist da könnte ein Sniper sein die liegen ein zwei drei vier 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 der der hat der hat auch noch ein Mate die die der hat die 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 Ich habe nur einen Schoakäfer leider. Oh ja, hier. So. Oh, Krähen an den Clues. Ja, ja. Oh nein. Oh. Oh, die kommen hier tatsächlich. Das ist ja wild. Ja. Oh, der hat aber Hit. Oh, der ist ja jetzt. Soll ich die blockieren? Ja, gerne. Da muss man nur noch Feuer finden. Ich würde den Keller hier mal bewachen. Ja, ich kann da auch, da ist eh eine Metalltür, glaube ich, oder? Ja, stimmt. Die würden wir hören. Ja, ist hier unten drin. Oh ja. Ich habe Feuer. Hier sind Bärenfallen, falls er hier hoch pusht. Hat er ein Problem. Der Clou brüllt auch gar nicht. Ich bin mal nach hier unten. Kommt jetzt in deine Richtung, glaube ich. Ja, ist unter mir irgendwie. Ich komme mal mit runter, ja. Schaukisch müssen. Halt hier trocken. Bist du schon drin oder unten? Nee. Gott, dieser Scheiß Grund. Er kann ja nur noch hier rein oder raus. Ja, nee, der hockt irgendwo im Keller jetzt. Wenn du mit zu mir kommst, können wir von hier rein pushen. Na, ich würde den eigentlich versuchen, von hier zu pushen, dass er zu dir läuft. Oh, was ist das? Hunden in Lock Bay. Oh no. Ach so, komm, aber hier nicht her. Eigentlich nicht. Ja, ich würde jetzt mal hier reingehen. Hier ist eh laut. Ich habe auch noch Sachen zu schmeißen. Alter, hier gibt es ja noch eine neue Treppe. Unten im Wasser. Oh nee, hier neben mir. Was? Jo, hast du. Hab ich mich erschrocken. Alter, der piekt den auf einmal vor der Seite. Oh, Alter, hui. Und der hat einen Katana. Ich habe zum Glück noch gesehen.